jetzt nicht okay das war also nicht das rezept lösung für den neustart ich würde erst mal sagen wir schon noch voll er kommt naja gut ich einfach mal merken dass da eine kerze ist okay okay das klemmt ja schlüssel mit dem kleinen spiegel den habe ich auch noch nicht aber da fällt mir ein da hier unten ist die garage wie war denn der schlüssel für die garage war ich glaube in den jeans noch oder doch 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 ok ok Oh krass Fingernägel Ok der Schlüssel hängt wieder da Ich denke das ist auf jeden Fall eine Option Wie wir das Nächste Kapitel starten könnten Aber ich würde mich vorher nochmal ganz kurz umsehen wollen Weil mir wurde Vorgehalten Ich habe mir die Küche noch nicht angeguckt Ich habe mir die Küche noch nicht angeguckt Also schaue ich mir die Küche an Schönen Sammelteller Collectible Wunderschön Wow Na The Kitchen Sarah 85 84 83 Hey Kurze Wir haben ein bisschen entspannen Kettlerschlüssel Moment mal Moment mal Den haben wir doch Den haben wir doch Ah Alles klar Okay gut Hier ist der Eingang zum Keller Okay Der Kühlschrank Und was gibt es heute Bier 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 Nee Glühbirne wäre eins geil Könnte man hier mal ein bisschen Licht machen Wie ist denn Spin Wenn wir das Ja Byll ist Sürf L금 Das ist Wenn wir das haben wir athlete Ja �ier sind아�ία Iodized Salt. Okay. Wird etwa ein Fotoapparat nicht mehr? Das ist aber Licht. Hm, der leckere Ketchup von Plops. Ach Gott, ne. Ah, hier sind noch Lichtschalter. Jawohl. Ey, das ist doch mal angenehm. Es ist trügerisch, wirklich. Aber es ist so angenehm, hier wirklich mal Licht zu haben in diesem Spiel. Es wird definitiv nicht von Dauer sein, das ist mir klar. School Reunion. Aha. Mario's B-Day. Halloween. Klar. Job Meeting. Mal kurz hier. Wunderbar. Schicksteiner. Arreg oder. Schicksteiner. obbübbe. Schon mal hohes. Schicksteiner. Auf generateflasche wird Wiederflaschen. Der Betestauregn queda wieder um nötig. Schicksteiner. Verrelliung. Shelley hören. defined mir war es jetzt nicht Compass. Ah, okay, 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 okay. Okay. Er ist schon abgetreten, sieht aus. Rotex, denn nur mit Rotex wird's richtig sauber. Oh, wir haben eine Menge Rotex hier im Haus. Feuerzeug ist fast leer. Okay. Oho. Schöner Toplader. Oh, warte jetzt, warte jetzt. Ah, ja klar, die Jeans, die Jeans. Und jetzt haben wir den Garagenschlüssel. Denn die war in der Jeans. Was? Ist das jetzt nutzlos? Hä, ist der Schlüssel jetzt nutzlos? Ah, nee, der hat das Feuerzeug nicht mehr. Aber die Frage ist, wie ich das warte denn? Das warte nicht. Das auch nicht. Okay, jetzt hat er... Jetzt hat er Platz gemacht. Alles klar. Ach, man traut dem Frieden doch noch nicht so. Schöne Handtücher. Oh! Die Penner, ich hab's doch gewusst, Alter. Ich hab's doch gewusst. Oh. So eine Scheiße. Ey, ohne Mist. Das war jetzt wirklich... Oh. Diese kurzen Effekte, das reicht schon vollkommen aus, um dich ausflippen zu lassen hier. Man wird in so eine trügerische Sicherheit irgendwie gewogen. Und dann, bam, einfach nur Licht aus und... Danke. Vorbei. Das Schlimme ist jetzt überall Schränke, eigentlich muss man überall rin kicken. Dub. Original. Soße. Shake, wow. Shake, shake, shake. Ketchup. Was haben wir hier? Schönes. Spliff. Er kommt auf Spliff. Und Plops, Alter. Wer kommt denn auf so einen Namen? Nick Farmer's Natural Raspberry Spread. Hm. Schöne Konfitüre. Schöne Konfitüre. Na, mach's Brett zu. Mach das Brett zu. Do it. Komm. Okay, eigentlich können wir ja dann sogar hier lang gehen. Das wäre ja kürzer in die Garage. Boah, ey. Wieso kann man denn auch überall noch rin gucken? Das ist so schlimm. Das suggeriert ja immer sofort. Du hast was vergessen. Und diese Tapete. Und diese... Also man muss ganz klar sagen, das Spiel bekommt definitiv den Account... Also nicht den Account, den Award für die hässlichsten Uhren. Ever. Schon erst diese Katze und jetzt diese Eule. Also wirklich. Freunde. Bei den besten Willen. Ja, Garagenschlüsse. Das ist klar, man. Wie in rein. Wie in rein. Hallo? Die Tür ist also verschlossen. Da weg, wieso schließe ich auch immer ab? So mag ich das auch immer. Ja, okay, dann gucken wir uns doch mal hier. Tool Time. Was hat denn die Psychofamilie hier? Kann ich hier Lichter machen? Bitte, 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 Licht. Licht ist gut. Licht ist unser Freund. Moment. Tja, wo gucken wir erstmal hier? Äh, so. Jetzt geht's sehr schnell nicht gut. Sehr, sehr schnell nicht gut. Jetzt sind Bierbüchsner hinterm Steuer. Klassiker, Handschuhfach und Sonnenblende. Nein, Alter, mach doch mal. Gar nichts, keine Interaktionsmöglichkeiten, außer mit Bier. Nö. Hä? Nope. Tja, fragt man sich, warum... Kann man Licht anmachen noch am Auto? Auch nicht. Hier. Mann, 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 Mann. Was der mal so schnell ausflippt. Ey. Guck mal hier mal. Eine schöne Schmiedezange. Ey. Ah. Nice. Schöne Ding. Jetzt haben wir die anderen Sachen. Kann man wirklich jetzt alles nehmen oder was? Schöne Hacke. Ah. Katermesser. 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 Oh, schön. Alles dabei hier. Sensor. Sieger. Ach, wie schade, dass ich das nicht mitnehmen kann. So gerne mitnehmen. Oh. Nicht rum, wir gehen. Ist da noch was drin? Hallo? Schöne nicht so. Ach, das war... Naja. Jetzt nehmen wir mal hinten rein. Ihre Pulle. Ja, ich bin da schon bei. Meine Güte. Warum dreht der da so schnell ab? Was? Was ist das für ein Scheiß? Ja. Okay. Ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Tschül, Junge, tschül. Ich geh mal hoch. Okay, Kerze. Feuerzeug. Und... Birnen. Ich nehm mal so ne Birne mit. Noch eine. Noch eine. Schön. Noch drei weitere Birnen hier unten. Und ein Feuerzeug. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Was gibt's denn ansonsten? Sound. Und den Werkzeugkasten? Und den Werkzeugkasten? Ja, wir brauchen den Garage in Stussel. Gut. Wir benutzen ihn. Jetzt kommt die große Frage, wo komme ich jetzt raus? Ah. Hä? Aber das ist doch auch der Raum, wo ich aufgewacht bin, wa? Ja, klar. Abso fucking glücklich. Okay. So, mal kurz ins Helle stellen. Und unten war noch ne Tür, ne? Da geh ich mal jetzt mal hin. Ah, gut, dass wir sie jetzt aufgeschlossen haben. Storage Room, ne? Oh. Nein, 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 nein. Oh, warte denn, was hat er denn? Geh da hin? Bethschüss, ey. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach, krass Mann, geht's nicht gut, geht's nicht gut. Met's nicht gut. Tust du, – geht da irgendwo hin? Wird's gehen. Komm, beruhig dich. Motorraum. Kann man den Motorraum haben? Nee. Kofferraum. Nicht. Schade, schade. Oh, ich bin im Keller. Ich kasse den Keller. Ich kasse den Keller. Ich kasse ihn. Oh, komm. Entspann dich. Ja, jetzt. Kriegen wir uns ein? Hier, komm. Stell mal ins Licht. Oh, chill mal, chill mal, sagt er. So, wie lange geht dieser Zustand jetzt eigentlich? Hätet ihr Höhren jetzt da unten wieder ein bisschen weg, oder? Bleiben wir jetzt erstmal in diesem Zustand? Ach, Mann, ey. Bin ich so gern in den Keller. Das sind Schuhe. Ach ja, wie schön. Ah, da fällt mir ein. Äh. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-bahn. Und zwar hier. Ja, super. Neighbors. Das wollte ich mir nämlich mal angucken. Ja, scheinbar haben wir uns jetzt schon in der ersten Folge angeguckt und durften es uns jetzt nicht mehr angucken. Ach. Das ist ja wieder der schöne Schrank. Oh. Das blöde Drecksuhr, ey. Oh. But! Oh. Oh, Mann ey. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Tja, wir werden nicht drum herum kommen. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Oh, Gott, oh, Gott.